Hallo liebe Schachfreunde, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ja und liebe User der Schacharena, tatsächlich könnt ihr hier so ein klein bisschen was gewinnen. Dazu müsst ihr aber die folgende Aufgabe lösen und schnell sein. Ihr seht hier eine Position, die sieht schon ein bisschen merkwürdig aus und die entstand nach dem vierten Zug. Genauer gesagt haben beide Seiten ganz regulär vier Züge gemacht. Ja, die Aufgabe besteht jetzt darin herauszufinden, wie lauten die ersten vier Züge dieser etwas merkwürdigen Schachpartie. Sieht relativ einfach aus, aber naja, probiert es mal, man kann es sicherlich rauskriegen. Gewinnen können die User der Schacharena und zwar in ihrem Profil so eine kleine Auszeichnung, so ähnlich wie das ist auch bei gute Züge, schlechte Züge. So wird es hier auch sein. Dazu müsst ihr die Lösung als PM, persönliche Nachricht, an mich schicken. Und wir überlegen uns dann mit dem Webmaster und ich, wie viele Auszeichnungen es geben wird. Aber es werden auf jeden Fall nur die allerschnellsten hier diese kleine Auszeichnung gewinnen können. Am besten abonniert ihr den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst, sondern gleich informiert werdet, denn je nachdem, wie das hier läuft, wird es weitere solche Aufgaben geben. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Knobeln. Euer Abquark Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Knobeln.